Die Eltern sagten, ich wäre ihr größtes Werk, doch ich war nicht stark genug, sie zu retten. Mir ist an Rosera etwas aufgefallen, das ich nur als ungewöhnliches Verhalten bezeichnen kann. Die Zeit ist gekommen. Alle Vorbereitungen für die Zerstörung der Entität sind getroffen. Subjekt steht unter Narkose. Terminierungsprotokolle werden vorbereitet. Ur-Desintegrator startet in 3, 2, 1... Was? Bitte nicht! Nein! Nein! Es tut mir so leid. Ich konnte es dir nicht sagen. Ich hatte Angst, dass ich... ... Ich hatte Angst, dass ich... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020